hallo und herzlich willkommen im hobbykeller ich bin der bob und willkommen zu einem weiteren solar faq video in dem ich euch wieder etwas basis wissen über solaranlagen näher bringen möchte heute werden wir anhand von 280 watt panels mal auswerten was bedeuten denn hinten drauf die zahlen auf den panels das ist ja teilweise gar nicht so durchsichtig und ich habe 280 watt panels genommen einmal das solatronics panel das gute und einmal eine marke die mir unbekannt ist gleich noch mal der hinweis weil ich eben solatronics gesagt habe oder weil ich vielleicht mal den markennamen eines ladereglers sagen muss oder will weil ich ja nicht will dass ihr quatsch kauft deswegen steht immer da irgendwo bezahlte werbung weil es kann nicht bezahlte werbung aber man erwähnt ja einen markennamen ja nur dass ihr das wisst und es gibt noch ganz ganz viele neue videos und ganz ganz viele alte videos es lohnt sich also definitiv diesen kanal zu abonnieren muss man halt am anfang auch immer mal sagen gut irgendwo hier oder hier blende ich jetzt mal die beiden datenblätter ein und wir fangen mal mit dem solatronics modul an oben das erste heißt peak power und das wird dann eben mit pmp abgekürzt keine ahnung ob das offizieller watt also ob das offizieller tonus ist es sind halt die 80 watt das heißt sie kauften 80 watt panel oben der erste wert sind die 80 watt dann haben wir maximum power current und das ist die das sind diese ampere wenn ihr jetzt im gleich die zahl noch drunter das ist die maximum power voltage das heißt wenn wir die 17,74 volt mal die 4,51 ampere nehmen also wenn wir das multiplizieren kommen wir genau auf 80 watt das sind die drei dinger ampere mal volt ist gleich watt oder watt durch volt ist gleich ampere das sind die drei größen die müsste drauf haben das ist ganz ganz wichtig ja dann haben wir als nächste zahl die 4,98 ampere das ist der short cycle current nehmen wir mal an ihr würdet jetzt hier aus irgendwelchen gründen wie auch immer die plus und minus von dem panel zusammenstecken dann würde ja das solarenergie laufen und das würde im kreis laufen und das wäre total sinnlos aber das wären halt 4,98 ampere das ist das maximum was das ding kann so den nächsten wert lassen wir mal kurz aus der ist nämlich wichtig den will ich am ende ganz kurz noch mal sagen dann haben wir das gewicht 7,7 kilo und als letzten haben wir maximum system voltage 1000 volt also vdc das sind also dagegen wenn ihr 80 watt module hintereinander hängt immer das plus von dem panel an das minus von dem nächsten und das plus von dem panel an das minus von dessen hättet ihr ja oben die 17,74 volt plus 17,74 volt plus 17,74 volt bei 10 panels bei 170 volt und das ganze kann man eben weitermachen 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 aber obacht nicht mehr wie 1000 volt da ist dann schluss also das ist dann eher für so dachanlagen und so ein zeug ja aber das ist wert den können wir eigentlich relativ ignorieren in diesen kleinen dimensionen wo wir eben zu hause sind es sei denn ihr wollt euch eine große dachanlage bauen so und jetzt die open circuit voltage die 21,56 volt das ist ein ganz wichtiger wert denn wenn euer system voll ist dann will euer laderegler das system in den leerlauf schalten wie macht er das er treibt dieses panel also sagen wir mal jetzt nur dieses panel von 17,74 volt hoch eben auf die 21,56 das heißt die spannung ist maximal oben aber es fließen dann keine ampere mehr ja und 21,56 mal 0 ist 0 dann fließt kein strom das sozusagen der leerlauf warum ist das wichtig naja sagen wir mal ihr würdet jetzt fünf solche panels zusammenschließen wollen fünf mal zwei sind 100 also 50 also fünf mal 20 volt sind 100 volt fünf mal 21 sind 105 volt wenn ihr jetzt aber einen laderegler habt der als maximale spannung nur 100 volt kann und eure fünf panels bräuchten aber im paket 105 volt um leer geschalten zu sein ja dann geht das nicht das heißt ihr könnt dann maximal vier panels zusammenschließen das heißt diese lehrlauf spannung dieser dieser wert da unten diese spannung die einfach höher ist oben die 17,74 die sagen einfach an wo das panel am optimalsten arbeitet und unten der zweite ist der lehrlauf wert wenn sozusagen das system leer geschalten wird weil eben die batterien voll sind und das darf eben dann nicht überschritten werden sonst könnte das ding nicht leer schalten gehen wir jetzt noch mal zu den anderen da geht es auch wieder los mit peak power da aber mit p max in klammern auch wieder 80 watt dann haben die da eben noch die produktionstoleranz mit hingeschrieben plus drei prozent ich habe übrigens auch bei dem solartronics solar panel 80 watt auch schon mal 86 watt gehabt also 88 watt werden ja dann ein prozent mehr also es kann so ein panel kann tatsächlich immer ein bisschen mehr liefern bisschen weniger das ist so produktionsabhängig kann das halt mal passieren dann haben wir hier 4,45 ampere bei und das ist der wert drunter 18 volt das heißt es hat ist auch ein 80 watt panel hat aber ganz leicht andere werte wie das solartronics modul ist halt so dann haben wir wieder die 5,34 ampere das wäre wieder wenn wir sinnloserweise plus und minus zusammenstecken was rennt da im kreis und dann haben wir die 22,19 volt in diesem fall und das wäre da eben die lehrlaufspannung die 21,20 komme quetsch vom anderen panel mit dem 22 das kann man zusammenhängen und dann hat man da eben irgendwas um die 43 volt was dann lehrlaufspannung ist in summe man darf einfach nur über das maximum von laderegler kommen dann haben wir hier die dimensionen also höhe mal breite dann haben wir wieder die 1000 volt die sozusagen maximal die man hintereinander schalten kann und dann haben wir wind resistance pa das ist wohl irgendwas mit luftdruck 2400 also das ist so dann wenn euch das glas wegfliegt weil da irgendwelcher wind trans herrt genau so liest man den kleber da hinten für uns ist wichtig die watt maximal die ampere ist ja wichtig für einen laderegler und die volt spannung eigentlich gar nicht so eigentlich die lehrlauf volt spannung nämlich die höhere denn die ist nämlich wichtig dass ihr eure panels richtig planen und richtig einen laderegler anschließen könnt wenn ihr das beachtet dann könnt ihr euch ein einfaches und effektives nämlich am optimum laufendes solar system bauen das soll es in kürze schon gewesen sein herzlichen dank fürs zuschauen so Untertitelung des ZDF, 2020